Moin Schnuggis und willkommen bei MaxBeatsShop. Ich bin ein bisschen heiser, weiß nicht, ob ihr das hört. Keine Ahnung, den ganzen Tag schon hier. Hallo! Kannst vergessen, für den Arsch. Naja, egal. Wir machen trotzdem weiter, wisst ihr wie das ist. Heute kommt wieder ein pures Content-Video vor euch. Eine Kleinigkeit eigentlich. Ja, es dreht sich wieder um unseren VW-Bus. Wir haben schon mal ein ähnliches Video gemacht. Aber der Unterschied zwischen dem ähnlichen Video und jetzt ist folgender. Ich bin mit dem Bus mittlerweile 1000 Kilometer gefahren. Ist nicht ganz rund, 900, irgendwas, weiß ich was. Aber die letzten paar Kilometer schaffe ich auch noch bis dahin. Auf jeden Fall hier, ja, ich wollte mal ein Fazit zu der Karre geben. Was daran zu tun wäre und ob ich ihn jetzt behalte, ob ich ihn jetzt verkaufe und was ich besser damit erlebt habe und was ich besser transportiert habe damit. Und was ich damit noch vorhabe. Wir haben noch eine ganz große Sache damit vor. Nächstes Wochenende. Wir haben übrigens heute Montag, vor euch wegen Zeitblase. Wie gesagt, das kann ich nicht ändern momentan. Das ist halt so ein bisschen. Ich glaube, ich bin in den Urlaub, wenn ihr das hier jetzt guckt. Dann ist der Wagen Eberrufen. Eberrufen braucht den für ein paar Müllfahrten, aber der braucht den auf jeden Fall auch noch fürs Erbraschen. Ihr merkt, das Wetter ist halt sehr beschissen. Komm mal. Das ganze Auto fieh ich dir weg. Deswegen kann ich nur bedingt draußen. Ich probiere es mal aus. Mal gucken. Ach du Scheiße. Ich habe so eine windempfindige Kamera. Naja, ich spüre das mal hier drin ab und dann machen wir natürlich noch ein paar Kleinigkeiten außen, die ich meine. Bei der Kiste. Ja. Also, 1000 Kilometer Fazit. Bei mir ist das so, bevor ich groß Geld in ein Auto reinstecke. Ihr wisst ja, bin ich ja so ein Ding für sich. Nach Gurkenprinzip immer. Muss ich erstmal eine Sache bewähren. Also 1000 Kilometer kriege ich jedes Auto immer zum Einfahren vorher. So probieren und mal gucken. Ah, fack, ob ich es weiter. Damals Schrottplatz-Polo zum Beispiel. Ich habe überlegt, lohnt sich das unterm Strich von der Größe her und so. Also, den Wagen habe ich doch nach 1000 Kilometer weiterverkauft zum Beispiel. Das ist ein Beispiel davon, ne. Weil ich im Alltag schon bewege. Ja, dieser Wagen hier läuft eigentlich, also bin gegen meinen Willen beeindruckt, sehr gut. Also, von einigen Problemen, mit dem Schaltgestänge, wie gesagt, noch, ne. Das kennen wir ja. Jetzt gehen die natürlich vorführende, genau gut rein. Und dem hier, ja, den schlechten Catch-Star-Verhalten, was wir haben bei dem Bink. Macht der Wagen eigentlich so gut wie keine Mocken. Der läuft gut, der bremst gut, der schaltet scheiße, aber lenkt gut. Na ja, Schaltung ist auf jeden Fall, wie gesagt, in dieser komischen scheiß Plastik-Buchsen. Ich muss die ja austauschen und da ist das Thema erledigt. Muss ich auch diese Woche machen. Könnt euch auf ein Video freuen. Ähm, was muss ich noch machen bei dem Ding? Also, na ja, erstmal vor euch. Behalte ich ihn oder behalte ich ihn nicht? Ich entscheide mich immer so hin und her, wie so. Also, ich habe mich entschieden, den Wagen zu behalten. Wisst ihr warum? Weil der Zagori ist zu verkaufen. Wisst ihr, was ich meine? Der ist, das ist ein Auto, das kann ich jetzt nicht mit ruhigem Gewissen verkaufen, wie den Schroppplatzbohr zum Beispiel, und sagen kann, wo ich sagen kann, hier, der läuft. Und ist gut, ne? Ähm, definitiv nicht. Also, es ist eine Gurke, eine Busgurke, aber eine richtige Busgurke, aber die ist für meine Standards vollkommen in Ordnung und wirklich in gutem Zustand. Also, ich habe schlimmere Autos gehabt, brosstechnisch schlimmerer Autos, aber der hat er gemacht jetzt, ne? Aber in einem halben Jahr sind die ersten Löcher wieder da, das ist so bei dem Ding, da bin ich mir ganz sicher. Naja, ich habe mir schon ein Konzept überlegt für den Wagen. Zum Beispiel haben wir jetzt erstmal, also hat mein hier M1-Design, heißt der Laden, das ist ein Kollege von mir. Grüße an dich, ne? Möchtest ja nicht namentlich genannt werden. Ähm, die hat mir ein Design gemacht für meinen Bus. Also, rufen hat mir, macht mir das Tokenkop Airbrush untenrum, jetzt kriege ich noch einen hier Sauerkraut-Design. Also kein Sauerkrauts-Design, sondern ein Sauerkraut-Design. Ich poste es hier noch nicht drin, ne? Ey, das sieht es später auf dem Auto. Ja, es ist so, wird geil. Ne? Wo genau, zeige ich euch gleich. Habe ich überlegt. Das grün bleibt, wird noch ein paar Nacharbeiten geben, Dach kommt schwarz, ne? Wissen wir ja, Thema. Aber Turnbreit kommt eventuell auch schwarz, kommt mal trotzdem drauf an, wie faul ich bin oder ich Bock dazu habe, das zu machen. Zahnriemen wird gemacht, aber wahrscheinlich nicht durch mich, sondern durch mich und Rufen zusammen. Ich habe ja gar keinen Bock drauf und Ali auch ein bisschen schießt, die Karasse lege ich am Ende. Ähm, ja, Schaltgestänge mache ich selber. Er kriegt ein paar Radkappen drauf, weil die V6-Turbo-Felgen nicht passen, die von Rufen. Leider, die passen nicht auf dieses Auto, weil der hat einen ganz anderen Lochkreis. Habe ich auch nicht gewusst. Und ein ganz anderer Radnahmendurchmesser. Ist ein ganz anderes, normales Auto. Oh, der ist ja ein angehender halber LKW-Verschnitt, Mensch, Autodings, ne? Wie gesagt, jetzt geht mal ein bisschen rüber hier, ein bisschen mehr Platz. Aber Platz hier. Warum will ich den Wärm behalten? Ganz einfacher Grund. Fünfzylinder, Saugdiesel. Verbrauchstechnisch lege ich, was ich ausgerechnet habe, so um mal 8 Liter. Ich fahre meist nur Landstraße, ich fahre so noch ein bisschen weniger. Aber kombiniert. Der erste Anhäher-Test, da kommt am Wochenende. Da holen wir einen T3 wahrscheinlich ab, Kluzen und ich. Weil Kluzen hat sich einen T3 getauscht gegen seine Mopeds. Dann kommen die Mopeds hier hinten rein. Trailer hinten dran. Und hier fahren wir runter. Einen T3 holen. Auf dem Trailer. Das funktioniert. Ich habe gedacht, okay, ich mache es mit. Ist ein Kumpel von mir. Machen wir als Freundschaftsdienst. Und hilft der mir irgendwann mal wieder, weißt du. Und daran sehe ich, ob der Wagen sich wirklich nochmal lohnt oder nicht lohnt. Weil der dann doch richtig extrem verkacken sollte. Dann würde ich mir überlegen, ob ich ihn doch verkaufe. Aber ich glaube nicht. Also weil ich bisher mehr Klapp von dem Wagen, bin ich eigentlich ganz zufrieden damit. Ich bringe jetzt hier zu den Schaltgestänge. Ich habe das noch nie richtig gezeigt. Das ist der Schalter. Dann haben wir hier unten noch diese Kugeln. Die sind einfach nur aufgeschraubt. Und reingesteckt und reingepresst. Ich will mal hoffen, ich muss nicht alle tauschen. Weil das ist eine scheiß Sifficus-Arbeit. Würde interessant werden auf jeden Fall. Naja, gut. Jetzt kommen wir nicht drumherum, wir müssen nach außen. Ich habe mir mein Konzept weitergedacht. Also das wird der Schultafel, bevor wir nicht mal kommen, wenn ich mal ausgedacht habe. Außer ich war das in der anderen Ecke von dem Auto. Alter, ey. Fick mir so die Tür aus der Hand. Wenn kann ich gerade nichts. Das ist halt das Scheiß mit dem Wetter hier. Hier kommt mein Sauerkrautaufleber hin. Auf der Größe. Komplett hier weg. Das hier wird schwarz. Das wird schwarz hinterlegt. Hier kommt eine DDR-Fahne hin. Von innen. Bei der DDR-Marine-Fahne, die ich noch habe, aus dem Filmpaket, die kommt da rein. Alter, ey. Ich weiß doch jener, wessen Auto das ist. Das muss ja auch erkennbar sein. Und dann kommt ihr hier auch diesen Sauerkrautaufleber. Vorne nach Boden auf, dann kriegt ihr einen schwarzen Sauerkrautaufleber. Und dann kriegt ihr wahrscheinlich hier einen Schriftstruck. Max Beachrop at YouTube oder sowas. So als Gurkenbus. Sodass er auch wirklich erkennbar ist. Für euch, wenn ihr mal vorhin da wart, ne? Ich mach nicht mal wieder Sauerkraut rein. Das ist mein Arsch hier. Äh. Aber ich geh hinten rein. Kann das heute nicht. Ha. Platz ist da genug drin. Naja. Das ist der Plan. Innenraum technisch lasse ich ihn eigentlich so. Die Gurken klebt mir mittlerweile hier. Weil ich fand die war eigentlich so ein Einstieg ganz lustig. Vielleicht lackiere ich ihn innen nochmal schwarz aus. Aber ich finde, das stört mich nicht. Da kommt noch ein Plastikding hin. Christian hat einfach noch was liegen, hat er erzählt. Kann mir jetzt eine Besorgung vielleicht. Oder Udo hat vielleicht mal was für den Wagen. Dann wäre es Glück. Dann geht es jetzt auch die Tage hin. Oder geht es da jetzt schon hin? Oder warte schon da. Eins von beiden. Weil das ist heute der Plan. Mein eigener Plan. Ähm. Die Verkleidung kommt wieder da ran. Rostarbeiten werde ich an dem Wagen nicht machen. Erst wieder, wenn es nötig ist. Und wenn irgendwas durchkammelt. Aber ihr seht ja, der ist ja... Ja, der ist ja hinterher ganz gut, ne? Der ist richtig kernig, der Wagen. Und hier haben sie mal ganz schlecht gebraten. Da am Rand haben sie mal gebraten. Aber scheißegal, Lungs. Wie gesagt. Und wenn man das nicht mehr macht. Auf jeden Fall... Auf jeden Fall... Hoffentlich bewert er sich. Hoffentlich fällt er mich nicht auseinander. Hoffentlich... Ach! Hoffentlich belohnt er mich für die Arbeit, die ich da reingesteckt habe. Die Blankarbeit. Und da kommt wieder auf dem Womber-Couch-Schriftsocken. Spezial. Ihr seht ja. Wie gesagt. Ich will auch nicht spoilern. Aktuell fange ich jetzt ohne Kennzeichen rum. Ne? Kennzeichen-Halter ist im Arsch. Kennzeichen-Cert geht es hier. Und was geht denn eigentlich? Ach! Scheiße, ey. Es wird zu nass hier. Ja. Warum ich diese Videos mache. Erstmal zu eurer Information. Zu solchen Autos. Und zweitens, weil ich halt jetzt in den Urlaub Pflicht. Und halt, dass ihr jeden Tag ein Video kriegt. Auch ein vernünftiges. Und ich denke mal, der Bulli interessiert einige von euch. Achso. Ich kann ja mir die Pfanne sogar zeigen, die ich habe. Warte. Hier ist jetzt übrigens meine Pfandkiste. Hier. Die Pfanne will ich hinten in die Heckscheibe hängen. Das ist der Plan wenigstens. Ich nehme noch ein paar mehr Pfanne hier rein. Dann hängen wir den ganzen Wagen eben noch aus. Weil der soll sich auf jeden Fall, muss der Wagen einmalig sein. Dieses Auto muss ein Kilometer weit erkennen. Sonst würde das nicht zu mehr passen. Also soll ich hier mal laufen. Ne? Wenn er läuft, dann läuft er. Das Problem in dem Auto ist nur, was ich habe, das ist hier der Kaltstart. Ich gehe davon aus, dass das ein Ruckstartventil vor der Einspresspumpe, in den Arsch ist. Und der Dieven immer zurückläuft und der deswegen Luft drin hat und nur auf einen Pott anspringen will. Ich tippe nicht auf die Glühkerzen. Weil das Problem ist für mich hier, bei kalten Wetter springt er manchmal so besser an wie bei warmen Wetter. Heute springt er richtig scheiße an bei 10 Grad. Und heute Morgen bei 0 Grad springt er erst rein auf ersten Schlag an. Deswegen, das ist immer so ein bisschen, keine Ahnung, ne? Ja, wird kommt noch. Diese Lampe wird durch eine ordentliche ersetzt. Hier kommen auch LED-Lampen rein. Jetzt legen wir sie ran. Hier mal einen Spiegel. Familientechnisch, habt ihr gesehen, bei einem Ausdruck von meiner Frau mit mir. So ein Indoor-Verglückungspark-Verschnitt. Familientechnisch ist der super. passen bis zu dritt Ass-Rein-Rein. Das heißt, ihr könnt auch einen Transport machen mit einem Kollegen, ein Auto holen oder irgendwas. Und ich kann dann einen Kollegen hier hinsetzen und hier Hanna. Das passt super. Ass-Reines-Denken. Aber deswegen habe ich mich dafür entschieden. Und ich finde den Motor halt geil. Ich mag den Fünfzylinder. Hört das Ding mal an ohne Scheiß. Der klingt richtig geil. Weiß ich nicht, ob man das hören kann. Ich glaube, man hört sich besser beim Loch im Auspuff. Hier. Der Kai-Heb ist auch geil. 100%ig, ne? Das spielt mit den Airbrush komplett komplett, der ganze Wagen. Der wird richtig gut aussehen. Das sage ich jetzt schon. Das weiß ich. Alter. Ob, was ich gerne hätte, wenn irgendwer einen kennt in meiner Nähe vielleicht. Ein Dachträger Fynn T4. Gibt diese Rohrdach, diese ganz großen Dachträger, gibt es dafür. Muss nicht geschenkt sein, auch so ein Ding hätte ich das gerne. Damit er wirklich als Arbeitstier sich lohnt für mich. Naja, das war genug gehämmer zu dem Auto. Übrigens, Radio habe ich sehr gut instand gesetzt. Strom fand da abgezwackt. Und ... Für meine Verhältnisse überdurchschnittlich gut. Ich habe nie ein Auto gehabt mit so gutem Radio. Ist echt so. Ich hab's auch so einen Motorradius. Ist hier auch nicht drin nix. Nö. Brillenhalterung, die hier ist, die wollte ich ja abmachen eigentlich. Die schneide ich nur hier ab. Wisst ihr warum? Ich habe nämlich mal nachgemessen. Und habe mich entschieden, wenn ich jetzt mein Smartphone hier nehme. Wie dafür gemacht, Navihalterung. Na ja, gut. Leute, seid mal nicht böse. Das war's schon wieder von mir. Ich muss jetzt weiter zum Stromplatz. Ähm ... Das war unser Content-Video für euch zu dem Auto hier. Also, ich behalte den Bulli. Außer natürlich, es kommt einer an die Ecke. Ich sag mal, wenn ich verkaufen würde ... Also 1.8, wird er weg. Sofort. Wäre der auch wert, weil die Dinger scheiße teuer sind mit Frühstift. Aber ich will ihn eigentlich gar nicht verkaufen. Eigentlich mag ich ihn ganz gerne. Bei 1.8 kriegst du eigentlich kein vergleichbares Fahrzeug in der Größe. Und als Bulli und was ich war. Mit Frühstift, keine Chance. Ich schnapp mich mal eben an, dann kriegt ihr noch mal so ein paar Impressionen von der Karre. Oder ist das gut? Wisst ihr Bescheid. So, dann will ich sagen, bis zum nächsten Mal. Alter, wo ist das Ding denn da? Ähm, habt euch lieb. Wie gesagt, kommt noch ein paar Arbeiten, Schaltgestänge und so. Bei den Wagen ist einiges zu tun. Wisst ihr ja. Aber das war mal eben so eine kleine Gurkenkönig-Aufklärung. Übrigens, dieses Ding hier ist heilig. Du kriegst die Karre nicht richtig warm. Wenn du das hier hast, ne? Und die Heizung an hast. Die Heizung bollert wie Sauen, ne? Aber du merkst immer so einen kalten Zug von hinten. Wenn du das Ding hast, ist das Ass rein. Gut. Das war meine T4-Zusammenfassung. Jetzt können wir mal ein paar Außenaufnahmen von dem Ding. Und dann begrüßt ein neues Auto in der Max-Peter-Familie. Ich weiß nicht, wie lange. Keine Ahnung. Ihr wisst, ich wechsle meine Autos wie meine Unterhosen. Aber ich hab ihn eigentlich ganz lieb. Gut. Haut rein, Leute. Montag. können wir diesen Blocken machen. Na, in der Mitte hat er noch nicht wahr. Nein, keine Ahnung. Die Uhr rein, ich weiß nicht. Aber ich bin blow. Pf du Deutsch und du wirst. Ja, ich will. Wenn du das denn nicht mehr so ein Dank an. Wir sind sehr auf die망gad. Aber ich muss in der Mitte einer Explosion. Wenn du das so ein Ding vergrüßd, Bis zum nächsten Mal.